Willkommen, mein Name ist Lutz Reinhardt von profischnapp.de und ich zeige Ihnen heute einen Relax-Sessel der Firma Himmola 7620 mit drei Motoren in Leder-Auster, Longlife-Leder-Auster Ich schaue gerade noch, wie ich in die Ausgangsstellung zurückkomme, damit Sie mal sehen, wie er aussieht, wenn er nicht in Funktion ist. Er ist drehbar, das Leder ist sehr weich. Das hier ist mit Magnet angebracht hier, hält eigentlich auch, ich habe es noch nicht richtig dran gemacht gehabt. Also von dem her, Sitzkomfort ist gut. Large, würde ich jetzt, ist der Large? Ja, also ich bin 1,83, für mich ist er gut, aber ich bin nicht unbedingt Large, aber okay. Diesen Knopf drücke ich, dann geht der Rücken nach unten und das Fußteil geht raus. Also beides auf einmal. Sehr praktisch, weil ich nicht tausend Dinge drücken muss. Hier habe ich eine Taste für das obere Rückenteil. Ich brauche es jetzt eher vorne. Auch nicht schlecht. Die Füße sind etwas höher, nicht ganz herzwaage, aber doch erhöht. Ich kann natürlich auch ein bisschen runter gehen. Und hier würde ich jetzt ein bisschen vorgehen. So, was hier gut spürbar ist, ist der Luftsack. Hier ist eine, ich tue das mal zurückfahren, dann sehen Sie mich besser. Hier ist eine Lordosenpumpe. Ich pumpe hier und ich kann auch das wieder ablassen. Und so habe ich im unteren Rücken eine optimierte Unterstützung. Das merkt man schon extrem, wenn man hinten ist. Sehr fein. Fazit, toller Sessel, gute Qualität, Farbe, Geschmackssache, etwas hell. Aber Longlife Leder ist pflegeleicht. Hier ist es etwas soft gemacht. Bequem. Sicherlich gute Fernbedienung. Gute Qualität. Also ich finde, das ist ein tolles Angebot. Toller Sessel überhaupt für Sie. Bei profischnapp.de haben wir jetzt ein Stück, ein Kundenstorno zum Special Price. Wesentlich verbilligt. Warum? Weil der Kunde hat bestellt und vor Lieferung, aber nach Produktion storniert. So hatte der Hersteller den Sessel an der Backe und wir konnten zum Schnäppchenpreis zuschlagen. profischnapp.de live im Netz 24 Stunden am Tag unter profischnapp.de oder in Empfingen offline in unserem Showroom und Schnäppchenkeller jeden Freitag, Samstag oder nach Terminvereinbarung 50 Kilometer südlich Stuttgart. Freut mich, wenn Sie mich mal besuchen. profischnapp.de Dankeschön und tschüss, Ihr Lutz Reinhardt.